Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schremmen, da! Panzerbüchse! Sieher ausgescheitert! Scheiße! Freut Panzer! Tränen Sie sich gefälligst an! Arbeitet rücken! Wir sind nicht durch die Panzer angekommen! Erschuss fortsetzen! Feindliche Panzer hören sich! Feindpanzer! Treffer! Verdammt! Vorrücken und Feuer erwidert! Ah! Sie sind getroffen! Fahren aber noch! Weiter so! Er kann wieder raus! Von Fett schon! Vielnach? – Wecker! – Wecker! Wie steht Stefan? Stefan, geht gut! Alle Stationen überprüfen und reparieren. Schnell! Sie werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen. Artillerie! Wir haben uns markiert in Deckung. Schnell! Zur Brücke, los! Wir können sie nicht mehr aufhalten. 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 Die haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Ärger. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Okay. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind die stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, siehs! War das nicht so? Just give up, dammit! Wir haben wiederum nicht geglaubt! Sie sind jetzt zurück in den Panzerschrein! Sie sind jetzt zurück in den Panzerschrein! Sie sind jetzt zurück in den Panzerschrein! Sie sind zurück in den Panzerschrein! Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau... Er ist so eine например. Sie sind zurück in die Panzerschrein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020